Am nächsten Morgen kam der Dicke-Kontrolle zum Depot, um vom Eintreffen der Inspektoren die Loks zu überprüfen. Ausgezeichnet, ihr seht alle fabelhaft aus und ich bin sicher, euch ist klar, wie wichtig das ist. Aber nicht so wichtig, wie es ist, zuverlässig und pünktlich zu sein, Zertappe. Aber natürlich, die Herrin. Also, wo möchten Sie mit der Inspektion anfangen? Ich glaube, wir fangen bei ihrer Lok Nummer 1 an. Vergiss nicht, Thomas, du hast heute sehr viele Aufträge. Also ist es heute besonders wichtig, wirklich nützlich zu sein. Keine Sorge, Annie und Claire Bill. Was soll denn alles passieren können? Ups, Entschuldigung allerseits.